Das war die neunte Tapete Late Night. Heute zu Gast Kratz und Benni von Herr von Grau und eine Menge Kollegen, weil Kratz heute hier den 23. Geburtstag gefeiert hat. 19. Beziehungsweise 19. 19. Ist das jetzt? Endlich. Danke, danke. Kratz ist 19 geworden. Wirklich jetzt, 19 erst. Okay. So alt ist die Doni aus. So ein bisschen verbraucht ist okay. Okay, aber nicht so gut gehalten. So, die Stimmung ist schon gut angeheitert. Ich trinke nochmal einen Schluck Wein. Das ist der Wein. Gibt es den Herr von Grau Wein noch? Das ist der Herr von Grau Wein. Hier machen wir mal hier. Passt er noch in den Plan. Das neue Album Revue. Fleißig bestellen, wenn ihr fleißig bestellen wollt. Ihr könnt bestimmt auch gleich 5 auf einmal kaufen. Aber immer nur eine gleichzeitig abspielen, sonst nervt das die Nachbarn. Nächste Sendung. Ne, genau. Ihr habt mitgekriegt, hier wird jeder Kommentar beantwortet. Wir nehmen unsere Fans und auch die, die... Nehmen wir auf jeden Fall sehr ernst. Deswegen braucht ihr nicht nur Hasskommentare an YouTube.com Tapete Late Night schicken. Ihr könnt mir auch direkt eine E-Mail schreiben an tln-at-gmx.de, wenn ihr Anregungen habt. Wenn ihr euch bewerben wollt als Redakteur oder als im Studio Sitzer, einfach fragen, ob das klar geht. Foto mitschicken und Lebenslauf. Foto ist richtig. Was ich auch sehr toll finde, weil es jetzt relativ modern ist, ist meine Die Tapete Late Night Facebook-Seite. Facebook.com slash Tapete Late Night. Ich akzeptiere generell alle, die diesen Gefällt mir Button anklicken. Und ihr dürft auch schreiben, was ihr wollt. Auf die Gefahr hin, dass ich es hinterher zensiere. So, Nachtigall Productions haben nicht nur rumgesessen, sondern die haben auch ein Musikvideo gedreht. Und zwar von Joban, 66 Seconds. Das ist... Harte Musik aus der Schweiz. Ähm, super Musikvideo. Damit möchte ich mich verabschieden. So, genug geredet. Ich hau jetzt ab hier. Benni. Der Bädel. Was ist gut? Wir können jetzt auch alle einfach draußen weiter Wein trinken, vor der Tür, weil da kann man auch rauchen. Ich hab mich noch nicht durchgesetzt mit dem Rauchverbot. Kipp mir. Kommt noch. Tschüss Studio. Tschüss Benni. Ja, ich war. Ich hab noch eine Sache vergessen. Kai ist mein Mann. Ich kann nicht so viel. Ich muss immer fit sein. Kai Karni. Ich habe noch eine Sache vergessen. Musik